Wow, wow, wow. Was für eine tolle Gesellschaft, was für tolle Menschen, was für ein wunderschönes Paar und was für ein toller Anlass, heute hier zu sein. Wir sind begeistert. Und wir haben dann einfach gesagt, wir sind einfach nur Familie und das haben wir euch zu verdanken und da sind wir super, super glücklich drüber. Mehr kann sich ein Vater nicht wünschen und I love you. Bis zum nächsten Mal.